Hallo ihr Lieben, ich möchte euch heute zwei Produkte aus der Drogerie vorstellen. Alverde zertifizierte Naturkosmetik und ich muss sagen, ich bin total angenehm überrascht, sowohl von dem einen als auch von dem anderen Produkt. Das eine ist eine 2 in 1 Nachtcreme und Maske und das ist ein Hydro, eine Hydro Pflegeessenz. Ich bin auf dieses Produkt gekommen durch die Amelie, also Amelies neue Welt. Ich verlinke euch den Kanal. Die liebe Amelie hatte das in einem Haul vorgestellt und ich war total neugierig und habe mir das auch gekauft und ich muss sagen, ich bin total überrascht. Ich habe das jetzt eine Woche lang probiert und ich habe es allerdings, also es steht hier drauf, morgens nur verwenden, also ich habe das jetzt morgens und abends verwendet, unter meine normale Pflege aufgegeben. Ich werde jetzt dieses Produkt, dieses Hydro, diese Hydro Pflegeessenz, also ich werde jetzt mal meine Brille aufsetzen mit Meeresalke, dass ich euch da keinen Blödsinn erzähle. Und also zertifizierte Naturkosmetik ist klar für normale bis Mischhaut, spendet bis zu 24 Stunden Feuchtigkeit. Mit Hyaluron zieht sehr schnell ein, das stimmt und für eine glatte, spürbar, geschmeidigere, feuchtigkeitspralle Haut. Also das ist die Basis, wie Sie schreiben, also diese Hydro Pflegeessenz für jede Schönheitspflege. Diese Meeresalken, die darin enthalten sind, sind eben wahre Feuchtigkeitsspender, da sie die Wasserreserven in der Haut eben auffüllen, kann ich mir lebhaft vorstellen und den Feuchtigkeitshaushalt langfristig verbessern und auch binden. Was haben wir denn hier noch stehen? Okay, habe ich eigentlich alles schon erzählt. Pflegeessenz zieht, und das stimmt, das zieht in Sekundenschnelle ein und hinterlässt auch kein klebriges, pappiges Gefühl. Das ist also wie gesagt eine Kombination aus Aloe, also Aloe und auf biologischen Anbau und Glycerin und Hyaluronsäure. So, und Hyaluronsäure ist ja nun in aller Munde. Und dieser Hydro-Komplex und wird ja nun gehypt von allen möglichen Firmen. Und nun ist natürlich allwertet, wie gesagt, das ist ein ganz neues Produkt, kostet 3,49 Euro. Das Einzige, aber ehrlich gesagt, bei dem Preis sollte man wirklich die Klappe halten. Das Einzige ist, also das ist so ein blaues Fläschchen, sollte man vor Gebrauch immer schütteln. Was jetzt ein bisschen mühsam ist, ist für eine normale und Mischhaut unempfindliche Haut, was ein bisschen mühsam ist, ist dieser Verschluss, da muss man aufpassen, dass der nicht abbricht, dass man das so, dass es so drauf, so getropft, ne. Also es wäre schöner ein Spender, aber gut, bei 3,49 Euro sollte man mal schön die Klappe halten. Ich würde dieses Produkt, also großzügig aufs Gesicht aufgeben, auf den Hals, ganz wichtig, und auf unser Dekolleté, also bei 3,49 Euro können wir da wirklich auch großzügig mit dem Produkt umgehen. Und das Nächste ist diese 2-in-1, diese Nachtpfleger. Ihr wisst, ich habe ja eigentlich meine Kodalit, die ich sehr mag, aber ich wurde jetzt schon von mehreren Frauen angeschrieben, ob ich nicht mal, das ist also ganz schön, sie gucken auch immer meine Videos, aber ich stelle immer sehr teure Produkte vor, also hochwertigere Produkte, und ob ich nicht mal aus dem Drogeriemarktbereich Produkte vorstellen könnte, sowohl pflegende Kosmetik und auch dekorative Kosmetik, und das werde ich tun. Ich habe auch schon so tube-mäßig mir einiges rausgesucht und habe auch schon einiges gekauft für euch am Wochenende. So, und unter anderem, also diese Porzellanblume-Creme. Also wir springen ja auf diesen ganzen asiatischen Schönheitswaren drauf, und die Asiaten springen auf unseren Schönheitswaren drauf, also was jetzt Kosmetik betrifft. Das ist immer so herrlich in Frankfurt, wenn man, dann kommen auch viele Touristen her, da gibt es so bestimmte DMs, die dann angefahren werden von den Bussen, und dann sind Massen von Menschen da drin, und die gestikulieren und alle mit ihrem Handy und diskutieren und rufen an und gucken nach und kaufen, also körperweise Balea-Masken und diese Tuchmasken, diese kleinen Ampullen, diese Pflegekapseln, ja. Und wir, wir springen auf diesen asiatischen Schönheitswaren auf, also Porzellanblume. Was hat das mit der Porzellanblume auf sich? Also auch Stollen-Dartin, so sieht die aus, die Porzellanblume. Ja, was verspricht die, was sind die, okay, hier ist drin Wasser, Sonnenblumenöl, Olivenöl, Shea-Butterk, Avocadoöl, Mandelöl, etc., Porzellanblume, Extrakt, Sonnenblumenöl, Zucker, Vitamin E, Anissäure, Zitronensäure, gut. Eine Mischung aus ätherischen Ölen, die Inhaltsstoffe sind alle aus biologischem Anbau, und wir haben da drin keine Duftstoffe, keine Farbstoffe, keine Konsulierungsstoffe, keine Produkte, also Duftstoffe auf Mineral-, Quatsch, Inhaltsstoffe auf Mineralölbasis und, ja, gut. Und ein Kohlenhydratkomplex trägt zur nachhaltigen Verbesserung des Feuchtigkeitshaushalts der Haut bei und hilft die Barrierefunktion der Haut zu stärken. Okay, Zeichen von Müdigkeit werden also bekämpft und für ein angenehmes Hautgefühl und einen ebenmäßigen, strahlenden Ton. Ich glaube, das schreiben sie alle. Da steht auf allen Packungen drauf, egal, was wir uns kaufen. Deshalb habe ich euch das nochmal vorgelesen. Also, dieses Produkt ist in einer Tube. Ich habe das jetzt auch schon eine Woche ausprobiert. Und nach einer Woche kann man schon was sagen, ob die Haut, wie die Haut reagiert. Meine Haut hat nicht gesponnen, ist alles wunderbar, ich habe es super vertragen. Ist so eine kleine Tube von 50ml, kostet auch 3,95€. Und ich bin begeistert. Das ist eine, also das riecht natürlich typisch wie Alverde-Produkte, die riechen irgendwie alle gleich. Diese Alverde- und Balea-Naturprodukte, die riechen alle gleich, finde ich. Das riecht so, ich weiß auch nicht, wie das riecht. Das ist so ein Geruch, das ist ein ganz spezieller Geruch, wie eben auch Niver so einen ganz speziellen Geruch hat. Ich, ja, ich kann es jetzt nicht definieren. Also, das ist dieser typische Alverde-Geruch und das ist, ich lasse ich euch mal die Konsistenz. Das Schöne ist, man kann dieses Produkt sowohl als Nachtcreme als auch als Maske auftragen. Also als Maske würde ich jetzt ein bisschen, bevor man ins Bett geht, vielleicht noch nicht ganz, also nicht gleich sofort ins Bett geht, vielleicht noch eine Stunde bevor man ins Bett geht, die auftragen, schön so ein Messer dick und einziehen lassen. Oder wie gesagt, als Nachtcreme dünn, ich nehme es mal als Handcreme. Also es ist eine ganz tolle, weiche Porzellan. Es ist eben diese Porzellan-Pummel, es ist wie so eine Porzellan, also es ist eine ganz, ganz tolle Konsistenz. Sie zieht super ein in die Haut und ich habe es, wie gesagt, jetzt über eine Woche probiert und ich bin angetan. Ich bin morgens aufgewacht und hatte nicht dieses, so ein trockenes Gefühl, weil ab einem gewissen Alter wird ja die Haut immer trockener. Und ich habe aber, wie gesagt, vorher diese Hydra-Pflege, diese Hydra-Essenz aufgegeben. Also ich habe diese beiden Produkte benutzt und am Tage benutze ich jetzt das auch und unter meine normale Caudalie oder Dr. Hauschka-Creme. Ich glaube, von dieser Alverde mit dieser Porzellanblume, da gibt es auch eine Tagespflege und es gibt, glaube ich, auch eine Augencreme. Und das werde ich auch testen. Aber ich wollte jetzt nicht gleich alles kaufen, weil ich wusste ja gar nicht, wie das ist, ob mir das gefällt. Weil bei mir ist ganz wichtig, wie ist die Konsistenz, wie lässt sich das auftragen, wie liegt ein Produkt auf der Haut. Und vor allem, wie sieht man ein paar Stunden später aus. Also reagiert die Haut jetzt irgendwie mit hektischen Flecken. Also ich kann das sehr gut, also bei meiner Haut ist so ein Barometer, die reagiert sofort, wenn irgendwas nicht stimmt. Also was für mich nicht geeignet ist. Also wie gesagt, das sind zwei Schätzchen, die ich euch jetzt mal hier nahe bringen wollte. Eine Alverde Perfektor Ton, Nachtcreme und Maske 2 in 1. Also wie gesagt, als Nachtcreme oder als Maske zu verwenden. Und diesen, danke nochmal liebe Amelie, diesen Alverde Agua Hydro Pflege Essenz. Das ist also sensationell. Aber nie schütteln vergessen, ja. Also man kann da nichts falsch machen. Und was mir besonders aufgefallen ist, man hat ja so dieses, wenn man Seitenschläfer ist, man hat ja so dieses Knitterdekolleté. Also dass man dann morgens so aufwacht, gerade wenn man sie jetzt auf der Seite gelegen hat, wacht man morgens auf. Und dann hat man diese, also hier so, na so schrumpelig nicht. Aber das ist eben so, da sind die Falten schon vertieft, weil logisch, wir schieben ja die Hautoberfläche so zusammen. Und ich habe das Gefühl, mit dieser Essenz tue ich mir wirklich, mir und meiner Haut echt was Gutes. Und man kann das aufgrund des Preises sehr großzügig aufgeben. Und ich bin total happy damit. Und das wollte ich euch einfach nur mal. Auf diesem Wege ein schnelles, kurzes Video. So Speed Beauty mäßig wollte ich euch das mitteilen. Ich schreibe die Produkte gerne nochmal in die Infobox. Und dann könnt ihr euch ja mal in der Drogerie informieren. Ihr könnt das ja auch mal, nee, testen kann man das ja nicht, ne. Nee, man kann das nicht testen. Oder haben die da Tester creme mäßig im Naturladen schon? Ich glaube, in der Drogerie kann man nicht testen, ne. Nee, wenn man es aufmacht, muss man es kaufen. Also ich habe es getestet. Ich empfinde es als sehr gut und kann das mit einem ruhigen Gewissen empfehlen. Also ihr Süßen, wie immer, alles Liebe, alles Gute. Seid besonders gut zu euch und zu eurer Haut. Ciao.